Am 11. September sind Kommunalwahlen in Braunschweig und die Linke hat ausgerechnet mich als Satiriker gebeten, ihren Wahlwerbespot anzumoderieren. Und da fragt man sich als Satiriker natürlich schon, also wieso soll ich jetzt am 11. September hier in Braunschweig die Linke wählen? Also da wäre es schon schön, wenn die Kandidaten mir mal erzählen würden, wie die sich so das Braunschweig nach dem 11. September vorstellen und warum wir die im Einzelnen nun tatsächlich wählen sollen. Die Linke kämpft für ein Braunschweig? Mit einer sechsten IGS. In dem Wohnraum bezahlbar ist und kein Luxusgut. Das die Verantwortung übernimmt für die Langzeitarbeitslosen in dieser Stadt. In dem alle Schüler und Schülerinnen kostenlos mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren können. Das den Titel Friedenstadt verdient. Und dass es nicht hinnimmt, dass 8.000 Kinder in unserer Stadt arm sind. In dem rechte Gewalt und Rassismus keinen Platz haben. Kommunalwahlen. Sonntag, 11. September. Eine starke Linksfraktion lohnt sich. Für alle. Ja? Okay, dann machen wir das so. Dann ist doch alles gut. Vielen Dank. Vielen Dank.